Ja, mein Name ist Peter Damm, ich komme aus Wernigerode, bin zu Hause in der Christusgemeinde in Wernigerode-Schierke und ich bin seit ein paar Jahren Prädikant, werde jetzt ordiniert und ich feiere gern Gottesdienst in unserer Gemeinde, weil ich den Menschen Gottes Wort nahe bringen möchte und mein Motto für diese Gottesdienste ist, ich feiere Gottesdienst mit heiterem Ernst Gerne begleite ich auch Menschen, die in schwierigen Situationen sind, in Trauer oder was gerade in unserer Zeit wichtig an Bedeutung gewinnt, die einsam sind